Hallo, mein Name ist Paul Falk, ich bin ein Drittel von Falk & Sons mit meinem jüngeren Vater Dieter Falk. Okay, es gibt nur einen. Wir freuen uns sehr, am 22.09. in Bayreuth zu spielen. Nicht nur wir zwei, sondern auch unser Dritter im Bunde, mein Bruder Max, der gerade wieder fleißig lernt als Medizinstudent. Er tut seine Pflicht. Denn wir spielen das erste Mal dort, oder? Das erste Mal mit Falk & Sons in der Erlöserkirche in Bayreuth um 19 Uhr am 22.09. Und wir spielen von Toccata bis Pop. Und die Toccata spielen wir natürlich nicht original, sondern in Jazz- und Pop- und Rockarrangements. Und dann? Dann geht's weiter mit Popsongs aus meinem aktuellen deutschsprachigen Album 1000 Lieder. Und ich und wir freuen uns sehr, euch dort alle häufig und viel anzutreffen. Anzutreffen. Bis dann. Ciao.